Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Planet 2 Na der Grashüpfer ist der Woppy Hupf, hupf, hupf Der nächste kommt auch angehübt Komm hüpft mit Hey Kollege nicht weglaufen, hüpfen Der cool ist im allerwertesten So, wo wollten wir hinfliegen? Der Dutschke ist auch da Aber der Dutschke ist noch grad am patchen Wir fliegen dahin wo das Ziel ist Woppy, wie immer Haha Hahaha Hahahaha Falk mir aus dieser Kuppel raus hin, dann zeige ich mir, wo ich hin fliege Okay, ich gebe schon mal Gas Tschüss Jojo Hey Manuel Au, Au, Au Au Oeeee Die wars doch gar nicht, ey Wo bist du? Oh, mich hab ich vergessen. Ist bestimmt unter mir. Da hinten irgendwo. Hab dich doch gar nicht getroffen. Na? Was war das denn? Hab dich ja gar nicht getroffen. Und... Das mag ich nicht. Oh, oh. Hallo. Ist hier wer? Ist hier was? Nö. Ich tu jemanden. Mit meinem Schluckzeug hab ich so irgendwie gelandet halbwegs. Da ist jeder jetzt hin. Was? Da ist einer. Da war einer, ja genau. Ich behalte das mal am Auge, sobald es geht. Oh! Da ist irgendwo ein Sniper-Marker. Uh, 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 uh. Und ganz viel an die Sachen. Oh, wir könnten fliegen, glaube ich. Hier ist noch irgendwo ein Sniper. Habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Moment, schalb um. Habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Der rennt in die Hütte rein, der kommt vorne. Oh, was war das? Oh, ein Volltreffer. Nicht schlecht, ey. What? Ich hab einen Treffer kassiert, bin direkt kaputt. Das ist natürlich scheiße. Das gefällt mir aber gar nicht. Na gut. Nimmst du das schon ein? Ja, ich bin gerade dabei hier. Ich bin verteidigen, glaube ich. Nee. Haben sie dich? Ja, da hat er nichts mehr. Ich komm jetzt. Ich bin hier im Aurora Materiallab. Ich spawn direkt da, wo wir gestorben sind. Echt? Kannst du das? Ja, das ist ein Sammler, ey. What the fuck? Eben war nur noch keiner. Ja, dann hol ich mir hier so ein Gummi-Mobil. Yeah, Gas. Ach, hier kann man gar nicht. Kein Gas hier. Kein Ton. Ne, wo fahr ich denn? Wäre gut, wenn ich die richtige Richtung fahren würde. Haha, ich bin ein Idiot. Bin für die richtige Richtung. Da war irgendwas Rotes. Ist weg. Dann ist es ja nicht mehr schlimm. Hier rattert ein Rumpf auf jeden Fall. Hier ist auch ein Panzer. Ja, ein Flieger. Der fliegt gerade bei euch. Ja, hier sind so viele. Das ist echt unglaublich. Echt? Wird gerade deinen Flieger zerlegt. Ja, das sind echt viele. Vorne direkt neben dir, glaube ich. Zack. Äh. Gerade zerlegen. Ja. Ja. Oh ja. Zwei Leute gecased. Wo ist denn der zweite? Das wäre daneben, mein Freund. Oh, hat er den Panzerfausten in die Krise gehauen. Ja, ich habe auch kein Zufall abgekriegt. Aber hat nicht gereicht. Jetzt den Punkt einnehmen. Zumbra ist weg, aufpassen. Bin tot und bin nun auch weg. Guck mal, dass ich in Rohr-Matry-Labs nochmal einen Zumbra kriege, da rüberfahre. Mist. Selbstmord. Kommt wieder mit Zumbra, ne? Halt, warte auf mich, nehme ich mit. Ach ne, da ist ja noch was. Wieso kann ich denn hier joinen? Hä? Ach, da steht schon ein Zumbra. Da steht schon einer? Oh, toll. Ja, aber nicht mehr lang ansteigen. Da steht schon ein Zumbra. Ach, da steht schon ein Zumbra. Ach. Ach. Wo denn? Klick, Panzer. Kapi. Komm. Komm schon. Ratte. Oh. Wer ist hier? Oh, jetzt hab ich drei oder vier oder fünf. Abknallst. Ja, das ist ja völlig. Aber ich will jetzt nicht sterben. Panzer. Ein Mensch. Panzer. Du bist ziemlich überall bemutet. Ich bin verweifelig. Und da ist gerade Aufnahme an der Planetzeit. Genau. Ah, fuck. Jetzt haben sie mich gekillt. Oh, die haben meinen Sunrider platt gemacht. Das ist unglaublich. Da steht aber noch einer. Einer ist noch da. Der rattert in allen Ecken. Mist. Ich habe das Gefühl, ich bin so schön. Oh. Ja. Bist du, Hoppy, bist du. Gern schön. Oh mein Gott. Und der Sunrider ist im Eimer. Jo. Echt? Ja. Oh. Boah. Übel. Wo gehen wir hin? Boah. Weiß ich nicht. Wird Zeus und Sunrider probieren? Hm. Nicht unbedingt dieselbe Richtung, glaube ich. Was ist lieber... Lass es doch mal hier. Aurora... Äh... Quatsch. Snowy Watchtower. Ganz links. Ja. Helm, kannst du mich muten? Ja. Mach mal bitte. Ja. Hast du, Hoppy? Ja. Also, Hoppy ist groß, ne? Mal gucken, was da los ist. Auf jeden Fall kann ich hier so einen fetten Panzer mir holen. Lightning. Ja. Ich möchte auch. Ah ne, Lightning. Lightning? Mehr nicht? Nein. Fuck. Lightning. Wohin fahr mal? Hier, ähm... Da hin. Neues Ziel. Zack. Hätt ich. Versuch schon mal einen Flieger zu kriegen, wenn einer da war. Ich fahr mit dem Sunrider und Lightning dahint. Ja, ich kann nicht schon mal... Jetzt... 27 Sekunden muss ich warten. Die wart ich aber jetzt. Für was meinst du? 27 Sekunden. Ich muss 27 Sekunden warten, bevor ich... den Flieger da... Ja, ich mute auch mal ganz kurz den Typ drüber. Das ist doch ein bisschen... Da fährt der Hoppy. Ich seh' dich schon da hinten. Attacke aufs Ziel, ne? Hast du doch gesagt. Ja, ich komme. Und ein guter Mitarbeiter weiß, was er zu tun hat. Genau. Lötern. Werbung für die Gruppe. Werbung für das Allgemeinwohl. Ja, genau. Richtig. Viele Stinke-Flieger. Keine Stinke-Soldaten. Ich verstecke mich mal hier ein bisschen hinter dem Dingel. Der vergesst mich als Ingenieur zu verkleiden. Verdammt. Zu verkleiden. Da kommt aber, äh... Kommt ein Sandra. Wo? Genau unter mir. Was heißt? Siehste? Da ist unser Sandra, Mann. Ja. Ich hab' gesagt, da kommt von uns. Damit du dich verkleiden kannst. Damit du dich verkleiden kannst. Ja. Oh, heiobei. Knallt da Wollopull rein. Ja. Nicht schlecht, Woppy. Nicht schlecht. Das ist... Original Woppy. Wo ist Sandra? Feuer! Feuer! Ach, ist ja unser. Hier sind die Schiene. Oh. Wer schießt da? Was wären wir nur ohne das Original Woppy? Nur sicherer auf dieser Welt. Das war... Das war... Das war... Nein, ich bin mit dem eigenen Mann zusammengekracht. Ach, kann doch nicht sein. Vollhonk. Natürlich nicht ich, der andere. Scheiße. So. Nächstes Ziel. Nächstes Ziel ist schon uns. Und der Panzer? Jupp. Jupp. Nein, der Panzer. Der Panzer weg ist. Oh, der Panzer. Boah. Ja. Einen Flugschrober kann ich... Einen Magazin... Einen Leitwilz setzen. Ja. Wenn der die Protokolle trifft. Und am besten noch auf den Arsch. Ja. Krasses Gerät. Kann ich nicht anders sagen. Einfach zurück den Punkt gemacht. Guck mal, meine Hilfe. Wenn einer beschreibt... Oh, der Punkt wird zurückgeholt gerade. Oh, dann bin ich gleich dabei. Ja, wo denn? Ja, wo denn? Hab ihn. Noch einer. Hast du von hinten? Jo. Ist schon wieder Wochenende oder was? 210 Punkte für einen Kill? Ja. Jo. Hm. Wieso gibt's das jedes Wochenende? Nee, oder? Also oft am Wochenende. Ja, das war... Ist bestimmt jetzt wegen dem Patch gewesen. Weil da irgendwas kaputt war. Hier mich auch. Ich stehe in deiner Schuld. Nee.